so 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 youtube hallo herzlich willkommen zu geotastic wir sind wieder da und versuchen 18.000 punkte zu bekommen indem wir drei runden mit unendlicher zeit in geotastic abgesetzt werden was ist geotastic man wird irgendwo in der welt abgesetzt und muss herausfinden wo man ist man kann das zeitbasiert machen zum beispiel sagen man hat nur zehn minuten man kann sich so gut annähern wie es geht aber wir lassen uns so viel zeit wie möglich und versuchen es so akkurat hinzubekommen wie es nur geht ich bin gespannt ob wir das schaffen und ich würde sagen wir starten ab in runde 1 und los geht's hat mich schon die woche darauf gefreut und oha okay wir haben linksverkehr alte bilder und ich glaube wir waren schon mal in der siedlung die war hier bei bremer bay oder albany irgendwie hier so glaube ich aber es könnte noch amerika sein aber linksverkehr na gut könnte auch ein verkehr sein warte mal wo ist die sonne wir fangen mal so an okay verdeckt die sonne könnte überall hier sein das schlechte bilder sind von 20 24 bitte diese kartoffel bilder sind 20 24 was ein scheiß okay und wir sind auch noch in der sackgasse hier aber da steht schon was uk sind wir das ist uk ne das ist doch nicht okay palm okay warte mal wenn es uk ist dann kann es nur eine kanalinsel sein und dann jersey wahrscheinlich aber gd landscape jersi ha gut könnte natürlich auch ein internationales unternehmen sein aber so von von den häusern und palmen und das ist doch nicht okay und so schlechte bilder qualität oh ja und schon zwei starke mag ich bewertungen haben wir heute das auf jeden fall immer hilfreich gerne mehr davon damit supportet ihr mich immer sehr sehr viel auch auf den videos und auch auf den abos und ich hoffe euch geht es gut ihr könnt gerne in den chat rein zu leiden oder auch in die kommentare für die die das video später sehen würde mich freuen wenn wir auch ein paar diskussionen ein bisschen nebenbei quatschen okay vielleicht waren das auch angepflanzte dings also so grundsätzlich wir haben nicht mehr bäume großartig da drüben das ist ja ich bin maximal verwirrt hier es sieht alles ja jetzt auch eher englischer aus nicht wahr aber da wo wir gestartet sind an den palmen das wurde anscheinend absichtlich so gewählt dieser punkt ähm isle of man okay da haben wir es keine kanalinsel aber eine insel das war auf jeden fall wichtig und klar und das ist gut hier gibt es nicht so viele orte haben wir den ortsnamen irgendwas mit monningholt oder sowas hatten wir verdammt habt ihr gesehen da war das schild Fairy hill Fairy hill Fairy hill mhh mhh okay scheint ein bisschen was kleineres zu sein hier Morkald Kirk Morkald das hat dich gelesen das könnte es sein in dieser ecke Aber es kann auch sein, dass es nur dahin geht, nicht wahr? Das wäre hier Hauptstadt. Ferry Hill. Ferry Bridge. Hmm. Kirk Andrus. Douglas, St. Jude, Sandy Gate. Wenn wir nochmal zurückgehen, taucht das Schild nochmal auf. Aber aus der Entfernung kann ich es nicht lesen, ey. Da ist aber eins. Douglas in Peel geht nach Süden. Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet, nicht? Natürlich habe ich das erwartet. Das geht beides nach Süden. Was bedeuten könnte, dass wir wirklich hier irgendwo sind. Aber da wollen wir eigentlich nicht langen. Ich meine, Straßennamen haben wir auch. Kein Problem. Dü, 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 dü. Das heißt, wir müssen eher auf der Seite sein. Ne, das ist die A2. Wo sind die A7? A18. A3. A27. A7. Hier unten ist die A7. Und über die A5. A29. A29. Wird das. Hä, dann müssen wir ja hier sein. Das wäre ja ganz woanders. Aber wie kann ich denn das nach Süden sonst erreichen? Gut, wenn die Straße eine Kurve macht nicht, dann kann man das auch über Süden hier zeigen. Nach Süden kommt man da hin. Ja, okay. Das könnte natürlich das Problem sein. Wo sind die A36? Hier ist die A26. Da ist die A36. Ja, okay. Dann müssen wir doch hier sein. Wahrscheinlich sogar ist es dieser Kreisverkehr, auf den wir zufahren. Wie heißt denn die Straße hier? Na, den Namen kenne ich nicht. Und wir hatten auch keinen Kreisverkehr bei uns. Der ist auch nur wirklich winzig, nicht wahr? Parish Walk. Gut, wir gehen nochmal zurück zum Start. Hier sind wir in der Sackgasse. In irgendeiner Anlage. Dann müssen wir wieder raus. Falsche Richtung. Okay. Guten Tag, der Herr. Hier. So. Und wir sind in die Richtung runter. Wir können aber auch in die Richtung fahren. Also wir sind hier auf jeden Fall in irgendeinem Ort. Der sich nach Norden erstreckt. Ah, genau. Und da sind wir auch lang gefahren. Alles klar. Und hier ist noch ein Schild. Port Iron. Da sind wir gerade drin. Also doch hier. Krass. 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 Le Tour de France. Und wir fahren nördlich raus. Die Straße geht südwestlich. Norden, Osten, Süden, Westen. So. Bedeutet, wir sind wahrscheinlich auf der Ballphones Road und sind hier irgendwo drin. Wir gehen jetzt nochmal hier hin. Close Famine. Close Corny. Close Cam. Close Famine. Close Cam. Fem. Wo ist Close Corny? So, das wird ein Scheiß jetzt. So, hier sind wir rausgekommen. Wir sind jetzt hier. Und wir sind irgendwo da drin. Wahrscheinlich hier. An der Ecke sind wir. Wenn ich weiterfahre. Ah man, dieser Sprung ist doof. Der macht das schwierig. Also hier geht es nicht wirklich weiter. Und wenn wir geradeaus, wir fahren nach Westen. Kommen wir in eine Sackgasse. Und unsere Straße geht West-Ost. Das ist das hier. Das heißt, wir stehen wahrscheinlich hier. In der Kurve. Und jetzt ist aber das Blöde. Er springt. Hier rum. Das heißt, er springt hier hin. Warum auch immer. Dieses Stück hier nicht mit drin ist anscheinend. Und das verwirrt mich dann. Da ist echt übel. Aber wir sehen den Transporter. Wenn ich zum Start gehe, da ist der Transporter. Alles klar. Ähm. Das Haus. Wir stehen vor welchem Haus? Haus. Haus 1, Haus 2, Haus 3. Haus 3. Wir gucken aufs Haus 2 und Haus 3. Haus 1, Haus 2, Haus 3. Und wir gucken im Osten genau drauf. Dann stehen wir da. Finish. Hüüü. Okay, 10 Meter daneben Ei, 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 ei Aber Isle of Man in Runde 1 besiegt Und damit geht es weiter zu Runde 2 Wunderbar Oha Wir haben Rechtsverkehr Schon mal gut Ich hatte erst Mauritius Oder sowas im Kopf Im ersten Moment oder Griechenland Aber gucken wir mal Wo es uns hinführt Okay Türkei, Albanien Irgendwo so in der Ecke Macht auf jeden Fall Sinn Uglus Firma Bakanglücki Ja Vielleicht wieder bei Batman Obwohl da die Ecke hier ein bisschen Feuchter aussieht Aber wir sind ja auf einer Autobahn Das ist schon mal gut Das heißt wir müssen nur bis zur nächsten Ausfahrt fahren Und dann kriegen wir unseren Hinweis Sollte auch schnell abgegessen sein Die Runde Oder was sagt ihr? Ja, das wird Das kriegen wir hin Gemeinsam sind wir stark Mit euren 3 Markig Bewertungen Die noch nicht angezeigt werden Auf jeden Fall Ah, de minöriri Okay, das ist nur ein Restaurant Das könnte uns vielleicht auch später helfen Oh man, Genied Mütilügülülülülü Ja ja, Mütilülülülv Gülülülülü war Bei Kayyazeri Hier oben irgendwo, nicht? Warte mal, wo war Batman? Batman war hier oder so Wo war's? Batman, da ist Batman Dann War's hier irgendwo In der Ecke, müssten wir dann rumhängen Wahrscheinlich Oh man Müdülü gülülülü Irgendwo war das hier oder müdülü gülülülülü bedeutet langkreis oder so was Ich kann leider null türkisch ich kann gerade mal deutsch das muss reichen Okay türkei fahne Damit das das schon mal gesichert Aber ist natürlich immer autobahn ein bisschen langweilig nicht man sieht nicht viel Klar ein bisschen natur drumherum links rechts aber das war schon und da die karte zum glück Wir haben es ist mir 126 Ist mir egal Oh doch hier auf der höhe krass hätte ich nicht gedacht okay So dann Dann heißt Müdülü gülülülü irgendwas anderes Dann ist es kein Ort oder so Manisa Wo ist das gute Manisa Also 100 Kilometer sind das hier So das heißt Maximal in die Richtung hier Entweder hier Oder da Oder nach oben Also diese In diesem Kreis können wir sein Manisa Macht da keine Da Keine Urlaub von euch hätte ich gerade gesagt Dann kann man das doch wissen Äh Ich fahre so wenig weg nicht Deswegen fahre ich in Geotestic rum Manisa Ahixia Da Das ist 39 Kilometer weg Und das liegt auch südwestlich So wir sind auf der Autobahn Wenn wir jetzt noch wissen welche Autobahn das ist Dann könnten wir sogar genau sagen An welcher Stelle Das wäre doch schön Weil jetzt haben wir zwei Autobahnen als mögliche Option Oder einen kleinen Ort Wo hier eine Ausfahrt ist Das könnte natürlich auch noch helfen Guten Tag Ja den Den Laden hier Und die Orangen am Rand Nicht wahr Und weiß ich nicht was das hier ist Das wird mir jetzt nicht weiterhelfen Ja Das wird mir nicht weiterhelfen Ich finde schon faszinierend Wie viel am Rand an einer Autobahn ist Vielleicht ist es auch keine Autobahn Sondern eher eine Landstraße Eine sehr sehr gute natürlich Die sieht auch neu gebaut aus Die Fotos sind von 2022 Ja gut Ja gut Sieht nicht Super neu aus Nicht aber Älter als 10 Jahre Würde ich das hier nicht schätzen Äh Aber Sowas wie Ausharten und so Kommen eigentlich gar nicht Nicht Gibt nur diese Paar Dinger Hier Bilgin and Terry Aber das ist wieder dann Nur ein Restaurant Nicht Wir können hier Hier oder da sein Wenn wir jetzt wüssten In Nejiri Also 36 Kilometer von da Das sind 10 10 20 30 Es kommt schon hin Da wäre eine Tankstelle Ich habe ja eher Das hier so in Vermutung Wo steht denn in der Türkei Was das für eine Straße ist Oh Da standen die kleinen Orte Das hilft Da ist Was haben wir hier Sakarili Okay Wo ist Sakarili Gökütschü Gökukur Gökukur Wo bist du Gwendig Gökukur Halvalavau Sehe ich alle nicht War das schlecht Ich mein Ne Hier auf so einer Straße Wären wir nicht sein Göksek Wo das sind noch Kleinere Orte Wobei wir es auch schon hatten Dass die Orte nicht Mit auf der Karte Auftauchen Ich mein Das hier könnte Sakarili sein Seikilkli Vielleicht nur anders Geschrieben Das haben wir auch Oft Und Gökkadagan Gökukur Nicht dass die K&G Tauschen können Oder sowas Kesegulü Oder ich guck Zu weit hier Vielleicht Liegen nach Norden Die Orte An sich Götas Jaxili Sakarili Da ist es Okay Dann müssen wir Jetzt hier Irgendwo sein Bedeutet Wir sind Irgendwo hier Oh Das wird jetzt Übel Und Hallo Johnny Sakarili Sakarili ist am Schwarzen Meer Ich glaub nicht Das da Oder Also Was ist Zumindest nicht Das Am Schwarzen Meer Es ist Wahrscheinlich Wie bei uns So ein Oldenburg Was es Zwei Dreimal Gibt Wir haben Ja Schon Herausgefunden Dass wir Bei Izmir Nur 136 Kilometer Weg Sind Aber Glück Glück nach Nach Osten Nach Osten Ist hier der Fluss Hier ist Ein Fluss Nicht wahr Okay Okay Der Fluss Ist auf jeden Fall Östlich Das heißt Wir könnten Hier gerade Wirklich stehen Ja Wir können aber auch Hier stehen Aber so viel Bin ich nicht Gefahren Nicht Wir sind nicht So Wir sind ja bis Hier Oder so Das ist schon Mehr als genug Oder bis Darunter Aber jetzt Fahre ich Nach Norden Ah Wart mal Norden Osten Und der ist Östlich Ja da müssen wir Ja doch hier Drinnen sein Genau in dem Stück hier Wenn wir vorher Bis hierhin Gefahren sind Das sind die ganzen Geschäfte Am Rand Aber der macht einen Bogen Nach Osten Jetzt Aber nur einen kleinen Das könnte Das hier Sein Oder doch Das hier Oder der Fluss ist nicht Richtig Eingezeichnet Das kann Natürlich Auch sein Gucken wir Mal Und gerne Ein Like Da lassen Oder auch Ein Abo Würde mich Freuen Die letzten Wochen waren Auf jeden Fall Immer stark Aber Ja Diese Woche ist Irgendwie Ganz schwach Muss ich mal Auch So sagen So Balki Sisi Hier Das hilft Demiratas Demirtas Da So weit Gut Das könnte auch Die Straße Hier sein Aber dann Hätten wir Tankstellen Gehabt Und die Haben wir Nicht So weit Oben Können wir Nicht sein Wenn wir Eben bei Sakali Waren Tankstellen Haben wir Nicht Gesehen Also ich bin An keiner Tankstelle Vorbei Und ich war An der Straße Und jetzt Soll ich An der Straße Sein Wir Müsste Ja hier Vor Eine Tankstelle Kommen Hier ist Aber Keine Die Ausbuchtung Unsere Straße geht Hier an der Stelle Nord Süd In etwa Vielleicht Gibt es Eine Straße Die Man Nicht Sieht Weil Das Hier Ist Auf Jeden Fall Nicht Na gut Hier Das ist Die Stelle Da ist Der Drehhammer Okay Dann Sind Wir Da Und Das Liegt Nördlich Von Uns Und Dann Ist Der Fluss Hier Nicht Eingezeichnet Na Klasse Der Hört Hier Auf Und Geht Hier Wahrscheinlich Wieder So Weiter Ohne Dass Er Eingezeichnet Ist Das Ein Problem Das Heißt Der Fluss Ist Wieder Kein Hinweis Den Ich Her Nehmen Kann Ich Sag Es Euch Das Ist Nicht Gut Sehen Wir Das Von Hier Ne Nicht Das Heißt Wir Fahren In Kurve Nach Norden Ein Und Kommen Dann Nach Nordosten Und Da Ist Es Okay Das Heißt Wir Stehen Irgendwo Auf Dem Stück Hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Und dann sind wir aber schon in der Kurve Okay Und in die andere Richtung Sind wir schon in der Kurve In der leichten Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Und dann kommt Bei neun kommt die Drehung Die muss auch eingezeichnet sein Das ist die hier Und dann geht es hier drüben auch irgendwo hin Und zwar Nach Das steht da dran Geselme Nicht Steht nicht wirklich dran Müsste eigentlich auch nach Nirmitas führen Oh das Könnte auch sein Dass das die Stelle war Okay aber wenn wir neun neun Nehmen Nicht Und wir sagen Das hier ist jetzt so Von hier bis hier Das heißt wir brauchen die Hälfte Zwischen dem Stück Und dem Stück Ich zoome ran Ah das geht nicht genau auf Mit dem Zoomstufen Ne Ich müsste ja Hier Nicht eins weiter ran zoome Doch und jetzt müssen wir genau mittig sein Also hier Oh das kann nur schief gehen 40 Meter Ja das hätte ich nicht besser eingrenzen können Aber ich würde sagen Das war ein Erfolg Sehr sehr stark Wenn das kein Like wert ist Weiß ich auch nicht Und damit kommen wir In Runde 3 Rein Kommuna Ruata De Joes Okay De Joes Bilka Sind wir beim Ikea Beim Bilka Produktatore Pivale Elemente Din Beton Okay Betonherstellung Wetterbest Spontan hätte ich Osteuropa gesagt Aber wer weiß das schon so genau Materiale De Constructi Okay könnte Italien sein De Constructi Oder wieder Das hatte ich neu schon mal Dann war es Ungarn Oder so Oder Rumänien Constructi Wir fahren einfach mal Scheint zumindest Europa zu sein Wenn ich die Kennzeichen mir angucke Gut Scheleruata Oh Rumänien Ne Göhman Zilman Ne Kann man nicht mehr lesen Schade 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 Dann rumfahren So Jetzt brauchen wir mal einen Hinweis Es ist schon wieder echt weit weg vom Startpunkt Ungünstig würde ich sagen Welches Land hat diese Farben Ich vergesse das immer Ungarn war weiß um nicht Dann ist es Rumänien Bulgarien kann es von der Schrift hier nicht sein Die hätten Wahrscheinlich Kyrillisch eher Aber wisst ihr was das Schöne ist Wenn man so eine Runde fährt Man kann Prost zu euch sagen Schön dass ihr da seid Ah Man muss immer aufpassen Dass ich nicht ans Mikro stoße Mit dem großen Becher Ich hoffe ihr hattet eine schöne Woche Hattet einen schönen Feiertag Hattet einen super Brückentag Habt alles genossen Und könnt heute hier Mit entspannen Am Sonntag Machen wir eine Radtour So wie es aussieht Das Wetter scheint nochmal gnädig zu sein Wenn sich es nicht nochmal ändert Rumänien Ja Das ist schon markiert Wahrscheinlich Ist das wieder die Zeitverzögerung Die ist manchmal Bei einigen sehr stark Obwohl ich halt Niedrige Latenz Drin hab Ich kann mal gucken Ob ich nicht Heute Das ist eine Idee Ähm Ob ich das hier vielleicht ändern muss Das könnte sein Zack Das könnte die Latenz Verringern Auf jeden Fall Vielleicht muss ich gleich nochmal neu starten Den Stream dann Ah für die Aufnahme Machen wir erstmal die dritte Runde noch fertig Das kriegen wir hin Würde ich sagen Hab wahrscheinlich eine zu hohe Bitrate eingestellt Okay Ich mein wir sind in Orten Wir wissen ja auch den Ortsnamen Das hilft uns aber wenig aktuell Security und so Das hilft mir auch alles nicht Schönes Wandbild aber Was machen die denn hier alles so an ihrem Wandbild Ein Traktor der alles einfährt Ein Traktor der alles flügt Die haben sogar ihr Auto mit dran gemalt Die Traktoren die rumstehen Und Hä Und dann Das Bild nochmal irgendwie anders Sa Also das ist Aussaat Das ist Flügen Wachsen Flügen Äh Ernten Sehen Wachsen Ernten Flügen Okay Noch mehr ernten Dann ist das hier Winter Nicht Das soll der Winter sein Da stehen sie nur rum Okay Okay interessant Interessantes Wandbild auf jeden Fall Herbst Frühling Sommer Herbst Komisch Ich mein Wir haben hier die Orte nicht Kommuna Mirza Das wird mir nur nicht helfen Das Land ist zu groß um eine einzelne Kommune zu finden Da müssen wir halt erstmal gucken Oh Das Schild zum Glück Das hier ist doch super Die 601 Die 601 Äh 700 Zum Glück habe ich noch viel rumgeguckt Deswegen weiß ich ungefähr wo die Zahlen sind Nicht wahr Als wir Ungarn und Rumänien verwechselt haben Und wir zwei Stunden in Rumänien rumgeguckt haben Äh irgendwo hier muss es doch sein Hier sind 700er 604 608 671 607 606 561 643 643 Anderes Land Das Problem ist halt genau die eine Straße zu finden Nicht so den Cluster von Nummern Den findet man relativ schnell dann Die sind ganz gut verteilt Aber die einzelne Straße Dann springt es teilweise Ist echt schwierig Da habe ich noch keine Reine Logik drin erkannt Äh Wie war das in Japan Hausnummern werden nach Zuordnung Von der Anmeldung der Wohnung Äh vergeben Nicht Da musst du die Polizei fragen Um herauszufinden Welche Hausnummer wo ist Deswegen gibt es irgendwie In vielen Straßen Auch einen einzelnen Polizeiposten Der auch dafür da ist Total crazy Finde ich 703 Ist das eine 500 Ja das ist eine 500 Boah ich mag nicht Dass das so Klein ist teilweise Eine schlechte Schrift Da hat Hier ist die 601 Okay 412C Passt auch Hier ist die 412C 601 412C Genau an der Stelle Treffen die sich Und unsere geht nach Osten weg Und wie Delle Kommt als nächstes Nach Süden Das passt wiederum nicht Oder ich sehe es nicht Wadulat sehe ich Buxani Bukarest sehe ich Kulakese ist irgendwo Hier gewesen oder so Davor Videl Videl Pritesi Nicht dass die was ganz weit in der Entfernung angegeben haben Und gar nicht irgendwas in der Nähe meinen Das machen sie ja auch ganz gerne Gut aber kommt in etwa hin Nicht Irgendwo in der Ecke Hängen wir fest Und die 601 und die 412C Treffen hier aufeinander Da ist Kulakese Da müsste hier Videle Da unten ist es Da kleine Ding Also So und wir fahren gerade nach Süden Das heißt wir kommen aus dem Norden Aus einem dieser Orte Roter Dejos Kommen wir Genau So und wir stehen nämlich genau vor dem Eingang Kommuna Roter Dejos Richtung Nordosten Und dann bin ich glaube ich umgedreht Nicht wahr Genau in die Richtung sind wir gefahren Das heißt die Straße trennt sich bei uns nach Südwesten An dieser Stelle hier nicht Das ist die die gerade ausgeht Das ist die hier Die die hier rum geht Und das hier ist die Die hier mit dem kleinen Knick Dann würde ich sogar sagen Da stehen wir Und noch eine kleine Straße Die hier weg geht Ja Ist auch da Bingo Bongo 1,18 Meter Haben wir Und damit haben wir 18.000 Punkte Jawohl Das war doch eine gute Runde 9 Minuten 55 auf Isle of Man 15 Minuten in der Türkei Und nochmal 10 Minuten in Rumänien Wunderbar würde ich sagen 34 Minuten und 52 Sekunden Und ich würde sagen Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von Geotestik Bis dann